Ja, wir kommen von Deutschland, die Familie Wahl und die Familie Scholz. Wir haben das Hotel gewählt, weil wir eine Andalusien-Rundreise machen mit einem Reisebüro. Also das spanische Essen schmeckt uns ausgezeichnet. Wir mögen die verschiedensten Tapas sehr gerne. Hier gefällt uns am meisten die Berge, das Klima, dass es sehr schön warm ist, aber trotzdem nicht zu heiß ist, sodass man auch einiges noch uns sehen kann und unternehmen kann. Und Andalusien mal ein bisschen erschließen. Wir waren in Sevilla und in Jerez. Granada. Ein bisschen Kultur, ein bisschen Sonne, ein bisschen abends schön essen gehen. Wir besuchen Fuerte Hotel Sviva. So, wir haben ein bisschen